Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu unserem heutigen Medienkommentar Ukraine und Syrien. Geopolitik dominiert alles. Wie im ukrainischen Konflikt, so gibt es auch im syrischen Bürgerkrieg viele Fronten. In Syrien kämpfen nicht allein die Islamistengruppen Acha al-Sham gegen den Machthaber Assad, sondern auch die sogenannte Terrormiliz Islamischer Staat und viele weitere mehr. Vor wenigen Stunden wurde nun der Chef von Acha al-Sham bei einem Bombenanschlag getötet. Wer dahinter steckt, sei noch unklar. Wir machen den Begriff unklar. Jetzt gleich einmal zum Thema. An dieser Stelle muss man sich einmal fragen, warum unsere Medien eigentlich ständig über Konflikte berichten, deren Zusammenhänge überhaupt noch nicht geklärt sind. Anscheinend liegt das Verschaffen größerer Klarheit gar nicht im eigentlichen Interesse der öffentlichen Medien. Denn wieder einmal mehr schürt eine Berichterstattung wie eben diese lediglich eine tiefere Unklarheit und Verwirrung unter den Völkern. So oft daher durch die Medienwelt wieder solche Unklarheiten hochstilisiert werden, sollte die Zuschauer bzw. die Leserschaft die einfachen Grundsätze der modernen Kriegsführung aufs Neue studieren. Wir von Klagemauer TV bieten zahlreiche solche Kurzstudien auf unseren Themenblöcken und Schulungs-DVDs zum Ukraine- und Syrien-Konflikt an. Studieren Sie dieselben immer wieder aufs Neue und verschaffen Sie sich so in nur wenigen Minuten neue Klarheit. Auch in unserer heutigen Sendung wollen wir diese lebenswichtigen Studien aufs Neue vertiefen. Wann immer nämlich in welchen Krisengebieten auch immer die Konstellationen der Konfliktparteien immer nur noch komplizierter und noch unüberschaubar dargestellt werden, geschieht dies zuerst einmal nicht zufällig, sondern ganz gezielt und strategisch gewollt. Warum dies? Weil nachweisbar kriegstreiberische Mächte am Werk sind, die eine allgemeine Verwirrung als Voraussetzung brauchen, um von aller Welt legitimiert hernach als Retter einschreitend aufwarten zu können. Die überhandnehmende Verwirrung soll mit anderen Worten gezielt zu jenem allgegenwärtigen Völkergeschrei nach einer starken, rettenden Hand führen. Die US-Regierung will um jeden Preis genau diese rettende Hand sein, auch für uns Europäer, zum Beispiel vor der vermeintlich russischen Gefahr. Was uns natürlich verschwiegen wird, aber schon längst nachweislich ans Licht gekommen ist, ist die Tatsache, dass die US-Regierung selber zuvor diese Konflikte gezielt geschürt hat, so auch in all jenen arabischen Ländern, die sie erst kürzlich dann vor unser aller Augen befreit hat. Ganz einerlei, also ob im sogenannten arabischen Frühling, im Ukraine, im Syrien oder in was auch immer für einem Konflikt, die moderne Kriegsstrategie ist immer ein und dieselbe. Alles muss so kompliziert und ausweglos erscheinen, dass die Weltgemeinschaft nicht mehr mitkommt und heilfroh ist, wenn endlich jemand Vertrauenswürdiges kommt und es in die Hand nimmt. Daher hören wir ständig von den immer zahlreicher werdenden Terror- und Antiterror, nationalistischen und antinationalistischen, religiösen und antireligiösen Konflikten in aller Welt. Doch das scheinbar komplizierte Spiel ist sehr einfach und leicht zu verstehen, wenn man es erst einmal durchschaut hat. Wir fassen hier die wichtigsten Grundsätze noch einmal in aller Kürze zusammen. Nahezu sämtliche Konflikte in den uns bekannten Krisengebieten entstehen nicht einfach zufällig. Diese Konflikte wurden vorab ganz gezielt provoziert und strategisch geplant. Wer provoziert und plant gerade gezielt die Konflikte? Nachweislich die US-Regierung unter Missbrauch ihrer Geheimdienste und der NATO. Warum tut sie das? Weil sie ihre Vorherrschaftsstellung in der Welt behaupten und ausbauen möchte. Dann geht es der US-Regierung also gar nicht wirklich um die Demokratisierung all der Länder, die sie gerade von ihren Diktatoren befreien? Nein. Um was geht es der US-Regierung dann? In einem ersten Schritt geht es ihr um die völlige Destabilisierung dieser Länder. Dann um ihre eigene Vorherrschaftsstellung in denselben. Ist das alles? Nein. Es geht ihnen auch um die Bodenschätze all jener Länder und schließlich darum, dass sie ihre und die militärischen Stützpunkte der NATO ausbauen können. NATO-Stützpunkte? Die NATO ist doch ein militärischer Verteidigungs- und kein Angriffspakt. Wenn man hinter dem Rücken der NATO gezielt die Völker aufwiegelt, dieselben ins Chaos stürzt und so lange destabilisiert, bis die Notlage nur noch durch einen vereinigten human-militärischen Verteidigungsakt lösbar scheint, kann man die NATO zur Angriffsarmee instrumentalisieren. Gegen wen richten sich diese militärischen Stützpunkte? Nebst dem US-erklärten Ziel der Demokratisierung bringen die Medien all diese Konflikte doch immer wieder in den untrennbaren Zusammenhang mit islamischem Extremismus, Rechtsextremismus, Rassismus und natürlich Antisemitismus und dergleichen. Geht es denn letztlich gar nicht um all diese religiösen, ideologischen oder politischen Extreme? Nein, absolut nicht. Das sind alles nur billige Vorwände, die die wahren Machthaber und Kriegstreiber in Wahrheit keinen Deut interessieren. Um was geht es den US-Kriegstreibern denn sonst, wenn nicht um Demokratie, Dialog, Recht und Ordnung? Es geht alles und jedes um Geopolitik. Was ist Geopolitik? Geopolitik meint die Einwirkung geografischer Faktoren und Interessen auf politische Vorgänge und Kräfte. Wer nach Weltherrschaft strebt, muss sämtliche rivalisierenden Länder strategisch beherrschen. Das heißt, er muss möglichst nah an den Grenzen seiner Gegner seine militärischen Stützpunkte aufbauen können. Solche Stützpunkte sind zum Beispiel die Krim und Odessa vor Russland, der Irak und die Türkei vor dem Iran und so weiter. Das bedeutet also, Geopolitik bestimmt alles? Kann man das anhand praktischer Beispiele beweisen? Aber sicher, das kann man überall sehen. Die US-gesteuerte EU und die europäischen Staaten zum Beispiel fördern und unterstützen rechtsextremistische und gewalttätige Gruppen außerhalb der EU-Grenzen, die sie innerhalb der EU mit geradezu melodramatischem Aktionismus und mit sündhaft teuren Programmen gegen Rechts bekämpfen. Was bedeutet dies praktisch angewandt auf die Ukraine-Krise? Bei den Machthabern in Kiew handelt es sich doch um ein sehr ungewöhnliches Bündnis. Zu diesem gehörten typische Liberale, Anarchisten, Homolobbyisten, aber auch nationalistische und rechte Gruppen. Im Westen wäre ein solches Bündnis völlig undenkbar. Zwischenfrage, wieso vertragen sich dort liberale, rechtsextremistische, linke und Homolobbyisten Organisationen plötzlich miteinander? Im Falle der Ukraine ist der zuvor durch US-Medien-Propaganda geschürte Hass auf Russland und den russischen Präsidenten so groß, dass er diese Gruppen alle zu Genossen und Kameraden macht. Warum also unterstützt die EU außerhalb ihrer Grenzen Gruppen, die sie innerhalb bekämpft? Weil es den US-Handlangen, sprich den EU-Kratoren, in Tat und Wahrheit eben in keinster Weise um den ideologischen Inhalt der Gruppen geht, das interessiert in Brüssel keinen Menschen. Warum interessiert das in dem US-hörigen Brüssel niemanden? Für die US-Kriegstreiber spielt es absolut keine Rolle, welcher Weltanschauung jene Gruppen anhängen, die sie unterstützen. Wie sieht das im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt aus? Ganz einfach. Ausnahmslos jeder, der in irgendeiner Weise gegen Russland und gegen Putin ist, wird von den Kriegstreibern unterstützt. Und auf der anderen Seite wird ausnahmslos jeder, der irgend für Russland oder für Putin ist, via Medienattacken kaputt gemacht. Es geht kurz gesagt einzig und allein darum, für welche geopolitische Seite sich irgendeine Gruppe nützlich macht. Gerade dies veranschaulichen die Ereignisse in der Ukraine sehr deutlich. Dann spielt es also für den Westen tatsächlich nicht die geringste Rolle, wie radikal oder extremistisch irgendeine Organisation ist? Gibt es dafür auch ein praktisches Beispiel zu Syrien? Am Beispiel Syriens kann man es vielleicht noch deutlicher erkennen. Dort können sie der radikalste Salafist oder gar der größte Judenhasser sein. Jemals ging schon so weit zu behaupten, dass man dort selbst Kannibale oder finstere Massenmörder sein könnte, solange man nur in irgendeiner Weise die syrische Regierung bekämpft. Kurzum, ganz egal, wer immer die syrische Regierung bekämpft, er wird sofort vom Westen unterstützt. Stellt man sich andererseits in irgendeiner Weise hinter die syrische Regierung, kann man sich noch als so aufgeklärter Liberaler zeigen, trotzdem wird man sogleich als Todfeind behandelt und selbst dann noch, wenn man alle westlichen Werte in allen Stücken teilt. Und genau daran erkennt man, dass es den Kriegstreibern und ihren Medien nur und ausschließlich um Geopolitik geht. Alles hängt einzig davon ab, ob man für oder gegen die Vorherrschaft der US-Kriegstreiber und ihrer Medienmafia ist. Kann man solche Beispiele auch auf europäischem Boden nachweisen? Interessant war kürzlich die breite Unterstützung des Schweizer Musicals Schwarzes Gold. Dieses wurde von der EU, von US-lastigen Großkonzernen bis hin zum schweizerischen Großverteiler Migros finanziell unterstützt und propagiert. Auch die Massenmedien jubelten dieses Musical hoch, obgleich dort inhaltlich viele Themen vertreten wurden, die von denselben Kreisen gewöhnlich als schlimmste Verschwörungstheorien gebrannt magt werden. Es ging gegen das Fracking in unseren Bodenseegewässern oder im schönen Rhein. Wenn man das Ganze einmal durch die geopolitische Brille betrachtet, stellt man leicht fest, dass die USA gerade dabei ist, uns Europäern durch ihr eigenes Fracking gewonnenes Gas und Öl anzupreisen, um uns vor dem gefährlichen Gas- und Ölpartner Russland zu retten. Die Botschaft lautet daher, Europäer, Hände weg von Fracking auf eurem eigenen Boden, alles nur keine Unabhängigkeit von den USA. Dann dient eigentlich all dieses Mediengelaber um terroristische Einheiten, religiöse Fanatiker, Separatisten, Nazis und wie sie alle immer geschimpft werden, nur zur Ablenkung? Ja, genau so ist es. Es wird immer alles so hochgepusht, dass viele komplizierte landesinterne Verstrickungen im Vordergrund stehen. Dabei geht es letztlich immer nur um zwei Positionen. Welche zwei Positionen sind jetzt gemeint? Entweder ist man für diejenigen, die nach der Vorherrschaft streben, oder man ist gegen sie. Nicht mehr und nicht weniger. Ist damit gemeint, dass es noch nicht einmal eine dritte Position zu wählen gibt? Ja, genau so ist es. So viele sogenannte Separatisten, Nationalisten und so weiter haben zwar aufrichtig für ihr eigenes Anliegen gekämpft, mussten dann aber irgendwann verstehen lernen, dass es ihre eigene unabhängige Option in Wirklichkeit nie gab. So mussten aufrichtigste tschetschenische Separatisten irgendwann einfach einsehen, dass sie in Tat und Wahrheit bloß an der Seite des Westens gegen Russland kämpften. Sie waren nicht mehr und nicht weniger als geopolitisch instrumentalisierte Kämpfer des Westens. Auch die rechtsextremistischen Hooligans, die heute die liberalen Oligarchen in Kiew beschützen, werden eines Tages einsehen müssen, dass ihre eigene Option in diesem Komponentenspiel absolut keine Bedeutung hat. Dasselbe gilt für den ukrainischen Nationalisten als auch für den salafistischen Kämpfer in Syrien. Sie alle kämpfen allein für die Sache der US-Kriegstreiber, sprich des Westens. Und wenn all diese für ihre eigenen Interessen kämpfenden Gruppierungen und Organisationen ihren Dienst für die USA unwissentlich ausgeführt haben, werden sie von denselben zuletzt wie alle anderen kriminalisiert, bekämpft und wie nutzloser Abfall entsorgt. Mit dieser kurzen Zusammenfassung hoffen wir, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder etwas Klarheit in die kompliziert dargestellten Berichterstattungen der Massenmedien gebracht zu haben. Bitte geben Sie dieses Wissen weiter, damit die Kriegstreiber und die von Ihnen instrumentalisierten Medien durch das Volk entmachtet werden können. Besten Dank. Bis morgen wieder um dieselbe Zeit hier bei uns bei Klagemauer TV. Schönen Abend. Angesichts der sich ständig zuspitzen Lage zwischen EU, USA und Russland, müssen wir uns auch verdeutlichen, dass hier nicht mit Wasserpistolen, sondern mit einem möglichen Atomkrieg gespielt wird. Daher ist es immer wieder gut, sich die Ernsthaftigkeit vor Augen zu führen. So sieht die Rangliste der Atommächte im Moment aus. An erster Stelle finden wir Russland mit ca. 14.000 Atomwaffen. Danach folgt die USA mit ca. 9.000 Atomwaffen, China mit ca. 400. Dann Israel, Frankreich, Großbritannien, Indien und Pakistan. An neunter Stelle Nordkorea, welches auch überspaltbares Material verfügt. Schauen wir angesichts einer Atomkriegsgefahr diesen bedrohlichen Entwicklungen weiterhin einfach datenlos zu? Oder wachen wir auf und bringen als mündiges Volk die Machenschaften der Kriegstreiber schonungslos ans Licht? Helfen Sie uns, Klarheit in dieses Thema zu bringen. Auf Wiedersehen! Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein! Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv Klagemauer TV Nichtgläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir!